Das ist das Stabo 8040 Handfunkgerät mit 40 Kanälen FM und 4 Watt Sendeleistung. Erstmal von allen Seiten, Trageriemen. Hinten der Gürtelkipp. Die Antenne lässt sich leicht abnehmen. Unter der Gummiabdeckung die Anschlüsse für externes Mikrofon und Kopfhörer. Die Raussperre. Ein Aus- und Lautstärkeregler. Das Display ist beleuchtbar durch Druck auf die Taste links unter dem F. Die Tasten für die Kanaleinstellung. Die Sende-Taste. Die Taste zur Wahl der Sendeleistung. Jetzt mit niedriger Sendeleistung. Jetzt volle Sendeleistung. Das Tasten für Notrufkanal 9. Der Scanlauf. Auto-Rauschperre. Und noch das Batteriefach. Entriegeln und abschieben. Dann aufklappen und man kommt an die 8 Mignon-Bakterien bzw. Akkus. Test-Test 1, 2, 1, 2. Und nun noch ein kleiner Klangtest bei Empfang. Test-Test 1, 2, 1, 2. Test-Test 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 1, 3. Test-Test 1, 2. 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 Test-Test 1, 3.